Moin Moin liebe Freunde der Bewegung und des Fittensports und willkommen zu dieser 7 Minuten Mobility Ausgabe und zwar Aufwärmen, Ganzkörpertraining, Animal Movements. Was will man mehr? Jetzt labert diese Stimme. Wir legen einfach los. Das ist der Manuel von Lifetech. Checkt das unten auf jeden Fall mal aus. Macht sehr, sehr geile Sachen. Wir sind hier in München. Ich habe den Vortrag nachher. Jetzt habe ich genug geredet und wir fangen jetzt einfach an. Jetzt gibt es ein Voice-Over. Bis gleich. So, Voice-Over jetzt am Start und zwar habe ich das in Vortragsteller und Anfängerübungen aufgeteilt. Anfängerübungen durch Manuel repräsentiert und zwar jetzt so kleine Bunny Hops. Eigentlich ganz simpel. Ich mache dabei den Duck Walk. Auch das muss ich nicht erklären. Schaut mal oben in die Beschreibung. Dort ist ein Video verlinkt für mehr Infos. Zweite Übung ist Anfänger Bear Crawl. Das heißt, ihr streckt die Beine hinten durch und dann kontralateral. Das heißt, entgegengesetzt. Linke Arm geht vor. Linkes, rechtes Bein geht vor und so bewegt ihr euch nach vorne. Fortgeschrittene machen dabei auch die Beine gestreckt und zusammen, aber so ein bisschen im Handstand mäßig nach vorne hüpfen. Das heißt, Beine, Füße sind in der Luft. Übung Nummer 3. Und zwar Vierfüßlerstand und dann in diesem Vierfüßlerlauf nach vorne bewegen. Versucht den Rücken dabei gerade zu halten. Auch wieder rechter Arm geht vor. Linkes Bein geht nach vorne. Fortgeschrittene machen dabei folgendes. Eine Variante des Lizard Crawls. Achtet dabei, dass ihr schön mit eurer Hüfte reindreht. Das heißt, wenn jetzt der linke Arm vorne ist, dann ist das linke Bein hinten gestreckt und anders herum. Macht dabei so einen halben Push-Up. Geht zum Boden und wieder nach oben. Jetzt eine Variante der Side Monkey. Ich mache den kompletten Side Monkey gleich. Und wenn ihr das noch nicht so könnt, euch auf eure Hände abzuschützen, dann geht ein bisschen in die Kniebeugung. Der Side Monkey, wie er sonst aussieht, ist, dass ihr euch wirklich weit nach vorne greift und dann schön ein bisschen hoch abspringt. Füße sind gut in der Luft. Super Vorübung für den Handstand. Mehr dazu könnt ihr in dem Handstand nach Monkey Art sehen in meinem Workshop. Einfach dazu auf Facebook gehen und die neuesten Events verfolgen. Es geht jetzt aber direkt los und keine Shameless Promotion hier machen, sondern arbeitet direkt mit. Nehmt euch ein bisschen Platz. Hierbei geht es nicht darum, dass wir versuchen, die Wegstrecke abzumessen, sondern wie immer 30 Sekunden die erste Übung, die anderen drei Übungen eine Minute und dann das Ganze Repeat. Okay, 30 Sekunden sind vorbei. Jetzt eine Minute. Das heißt, wir machen so ein bisschen den Bunny Hop nach vorne, die Anfänger. Und wenn ihr das schon könnt, geht ihr einfach mit dem Arsch weiter hoch und lasst die Beine durchgestreckt. Eine Minute, wie gesagt, 15 Sekunden haben wir jetzt rum. Guckt, dass ihr ein bisschen Platz habt. Und wenn die Übungen zu schwierig sind, auch wenn sie zu schwierig hintereinander auszuführen sind, dann macht ruhig kurz zwischendrin mal Pause. Es ist natürlich schön, wenn ihr es schafft, durchzuhalten. Aber wir haben es jetzt als Warm-Up benutzt. Ihr müsst euch hier keinen abbrechen. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. So, jetzt haben wir noch 25 Sekunden auf der Uhr. Und versucht zumindest die Übung eine Minute am Spuck zu machen. Aber selbst das, ja. Ihr könnt es als Parameter nutzen, um zu gucken, ob ihr euch verbessert. Wenn ihr es nicht schafft, dann beim nächsten Mal gucken, schafft das besser oder nicht. Hier zum Beispiel habe ich jetzt im Manual gesagt, mache ihr die Übung ein bisschen und macht den Raupen Crawl oder einfach die Raupe. So, eine Minute ist vorbei. Die Raupe wird er gleich nochmal machen. Könnt ihr dann nochmal sehen. Und jetzt für die Anfänger. Vierfüßler Lauf. Und die Fortgeschrittenen machen den Lizard Crawl. Wichtig dabei. Ich habe gesagt, das ist ein Warm-Up. Ist es auch. Aber vorher haben wir noch unsere Gelenke durchmobilisiert. Das heißt, so ein bisschen schon mal gehangen haben. Ja. Die Fuß- und Handgelenke schon mal ein bisschen mobilisiert haben. Alles weitere findet ihr zum Beispiel oben in der Kart. Da findet ihr wunderbare Routinen, um genau das zu machen. Weil wenn ihr dann direkt mit den Movements anfangt, die auch schon ein bisschen komplexer sind, wie zum Beispiel der Lizard Crawl, dann kann es schon mal sein, dass ihr da nicht ganz so drauf vorbereitet seid. Deswegen Proper Preparation Prevents Poor Performance. Schreibt euch das auf. Okay. Jetzt auch immer mal versuchen, das Ganze rückwärts zu machen. Seht ihr? Wir machen das Ganze auch rückwärts. Ist ein bisschen koordinativ anspruchsvoller. Und wenn euch das noch zu schwierig ist, beherrscht ihr erstmal die Basics. Okay. Das war's mit dieser Runde. Wir haben jetzt noch die letzte Übung in diesem Zirkel. Und zwar kleiner seitlicher Affe und großer seitlicher Affe, wenn ich es mal so nennen will. Und ihr könnt auch schön dann noch im Spiegel sehen, dass wir dann hinten auch weitermachen, auch wenn wir aus der Kamera raus sind. Versucht jetzt die Sprünge nicht zu groß zu machen, dass ihr auch so ein bisschen zwischendrin mal eine Wegstrecke zurücklegen könnt. Also selbst wenn ihr wenig Platz habt. Das Ganze könnt ihr auch auf wirklich wenig Platz machen, indem ihr nur so viel Platz habt, dass ihr einmal hin und einmal zurückspringen könnt. Also alles sehr, sehr flexibel gestaltbar. Okay. Das wird jetzt die letzte Bahn sein. Das heißt, versucht durchzuhalten, 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 wenn ihr jetzt mitmacht. Am besten ladet ihr euch das herunter, das Video. Och, wenn das vielleicht Copyright geschützt ist. Aber ladet es euch herunter, aufschauen und dann könnt ihr mitmachen. So, zweite Runde. Also mitmachen im Gym natürlich. Zweite Runde, wieder Bunny Hops und Duck Walk. Versucht beim Duck Walk auch wirklich schön aufrecht zu bleiben und geht ruhig wirklich mit dem Oberkörper mit. Das Ganze ist ja nur 30 Sekunden. Wir haben 15 Sekunden hingebraucht. 15 Sekunden, also hin und zurück und 15 Sekunden nochmal hin und zurück. Auch da wieder. Machen wir das Ganze rückwärts. So, jetzt werden wir hier ge-Video-bombt. Aber kein Problem. Wir machen jetzt einfach weiter. Ja. Staying Focused. Wie Dwayne The Rock Johnson immer so schön sagt. Focus! Das heißt, Manuel macht wieder die Raupe, wie ich es eben gesagt habe. Das heißt, ihr geht aus den geschreckten Beinen mit den Händen, wandert ihr nach vorne und wieder zurück. Das heißt, so eine Liegestützposition nehmt ihr ein und nicht unter Liegestütz dann gehen. Und wandert mit den Händen, mit den Beinen wieder zu den Händen oder mit den Füßen wohl eher. Und ihr seht, ich mache mittlerweile nicht mehr ganz so große Sprünge, weil ich mich halt wirklich darauf fokussiere, ein bisschen Spannung auf den Schultern zu halten, um da auch schön für den Handstand zu trainieren. Ihr wisst ja vielleicht, dass ich eine Handstand-Challenge habe mit MrGravityCoach. Guckt dazu einfach mal auf Instagram in meiner Story und ihr werdet erfahren, wie es am 14.05. denn ausschaut, ob ich den einarmigen Handstand 5 Sekunden halte oder ob er es schafft. Oder keiner von uns beiden. Wir werden sehen. So, nächste Runde. Kappe stört jetzt auf einmal. Irgendwann sind wir aber auch so warm, dass keine Kappe mehr zum Training gehört. Ich traine nicht gerne mit Kappe. Deswegen weg damit. Also Lizard Crawl und Vierfüßlerlauf. Auch eine Minute. Und dann haben wir es fast geschafft. Hier wieder an das Zurückdenken. Und schreibt mir mal in die Kommentare, wie euch so etwas gefällt, so ein Warm-Up. Generell, wie euch die 7 Minuten Mobility-Routinen gefallen. Ich bin immer sehr auf euer Feedback gespannt und dementsprechend passe ich natürlich auch so ein bisschen den Content an. Das heißt, sagt mir gerne mal, was ihr in dem 7 Minuten Mobility-Workout sehen wollt. Und ich werde dann darauf eingehen. Jetzt diesmal ein bisschen Animal-Movements. Immer mal ein bisschen was anderes. Ich meine, wir können unseren Körper so sehr durchbewegen. da gibt es unendlich viele Möglichkeiten. Fast. Es endet da, wenn wir sterben. So viel dazu. Also, das waren die letzten Sekunden von der vorletzten Runde. Jetzt haben wir noch die allerletzte Runde. Ich sag mal, Manuel, come on, let's go. Lass uns durchhalten. Letzte Minute. Er war ein bisschen Platz. Da werdet ihr am Ende des Videos noch sehen. Auch wenn es ein Warm-Up war. Aber wir haben dann auch noch eine richtig geile Session gemacht. Seht das auf jeden Fall in meinem Vlog. Ich bin hier nämlich in München, in dem Leos-Club. Und den ganzen Vlog zum München-Ausflug. Auch mit meiner Freundin, mit Monique. Seht ihr dann in der nächsten Woche. Wir waren ja auf der The Grind-Konferenz. Jetzt aber nicht so viel labern, wenn ihr das Workout gerade mitmacht. Deswegen weiter im Text. Versucht jetzt die letzten Sekunden noch durchzuhalten. Das ist wirklich nicht mehr lange. Die letzten fünf Sekunden. Und dann sind wir soweit auch durch. So, dann gehen wir noch mal zurück. Jawohl. Herrlich. Und noch einen schönen Handstand. Holy shit. Probiert es bitte. Probiert es aus. Bestes Vormachen, das ich jemals hatte. Oh Gott. Danke, Mann. Leon ist der Beste, Mann. Ich bin echt schon fertig. Wenn dir das Video gefallen hat und du mehr davon sehen willst, dann abonniere auf jeden Fall. Timm wieder einen Daumen hoch, damit es auch andere Leute sehen und es angezeigt bekommen. Und nicht vergessen, schreib mir in die Kommentare, was du beim nächsten Mal gerne sehen willst. Dann freue ich mich, wenn du auf Facebook und Instagram vorbeischaust. Ansonsten wie immer, keep moving, stay sexy. Dein Leon. Vielen Dank. 逢